In diesem Video geht es um das Investieren bei Debitum Network. Ich zeige dir meine persönlichen Auto-Invest-Konfigurationen und ich erzähle dir die ein oder andere interessante Hintergrundgeschichte. Viel Spaß! Herzlich Willkommen bei Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Ich bin Danny und auf diesem Kanal findest du authentische Erfahrungsberichte und tiefgründiges Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video als die anderen und das hat primär damit etwas zu tun, dass ich versuche ja in meinem Content hier auf YouTube so ein bisschen mehr Tiefe in das Thema Peer-to-Peer-Kredite hereinzubringen und versuche so ein bisschen mehr die Hintergrundinformationen zu beleuchten. Heute soll es allerdings mehr um Oberfläche gehen, nämlich um die Benutzeroberfläche bei Debitum Network. Ich will einfach mal zeigen, wie man auf Debitum Network investieren kann und wie ich auch persönlich meine Auto-Invest-Einstellungen konfiguriert habe. Damit das Ganze nicht so langweilig wird, kann ich jetzt schon versprechen, es gibt auch die ein oder andere interessante Hintergrundinformation und die ein oder andere Geschichte auch zum Schmunzeln. Also bleib gerne dran, wenn du noch nichts zu Debitum Network weißt, falls du noch komplett neu auf diesem Kanal bist und generell noch nicht weißt, was ist Debitum Network. Im letzten Monat habe ich zwei Videos bereits veröffentlicht. Zum einen das Interview mit dem Mitgründer Martins Lieberts, das wir in Vilnius aufgenommen haben. Das geht knapp anderthalb Stunden lang. Was ich dir eher ans Herz legen würde, ist ein Video, was es glaube ich so vor circa drei Wochen gab. Und zwar habe ich die sechs Gründe aufgeführt, warum ich mich dazu entschieden habe, bei Debitum Network zu investieren. Die Resonanz war dort auch sehr positiv, deswegen wäre das die Empfehlung von meiner Seite. Ein letztes Wort noch zur Bonuskampagne, die es ja auch für Debitum Network gab, beziehungsweise immer noch gibt. Geplant war eigentlich nur bis zum 30.06. Es lief aber jetzt ganz gut an und deswegen haben wir uns in Absprache dazu entschieden, diese Bonuskampagne, wo du dir ein Startguthaben in drei unterschiedlichen Stufen sichern kannst, dass wir das Ganze noch bis zum 15. Juli verlängern. Wenn du dieses Video also jetzt siehst, müsstest du ungefähr noch eine Woche Zeit haben, wo du dir dann ebenfalls noch diesen Bonus sichern kannst. So, das war es mit der Vorrede. Jetzt schauen wir mal, was es bei Debitum Network Interessantes zu sehen gibt. So, dann schauen wir uns mal Debitum Network etwas genauer an. Wenn wir bei Google Debitum Network eingeben, dann finden wir erst noch das alte Interface von dem litauischen Peer-to-Be-Startup. Und wir sehen hier vorne gleich auf der Startseite Small Business Financing. Also es geht um KMUs, um kleine und mittelständische Unternehmen. Acht bis zwölf Prozent Rendite. Hier ein paar Statistiken. Man sieht, es ist noch eine relativ neue und junge Plattform, noch keine 2000 Investoren. Also da ist natürlich noch viel Luft nach oben. Ein paar Beschreibungen. Darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz euch, ne Register brauchen wir nicht, das alte Interface zeigen. Und zwar so sah es, so sah Version 1.0 von Debitum Network aus. Es ist sehr dunkel, es ist nicht wirklich übersichtlich. Also hier oben kann man mal den Reiter öffnen. Wir befinden uns quasi direkt hier in der Asset List. Also hier haben wir alle Kredite, die verfügbar sind. Und es ist sehr dunkel gehalten und irgendwie nicht sehr einladend. Formulieren wir es mal so. Und hier aber einen Querbalken, der wichtig und auch gut eingesetzt ist. Und zwar 2.0. Die Beta-Version ist jetzt verfügbar. Und ich würde auch jedem empfehlen, wer sich bei Debitum jetzt auch neu anmeldet oder generell damit arbeiten möchte, diese 2.0 Beta-Version zu nutzen. Sind jetzt immer noch ein bisschen dunkel aus hier vorne. Aber wenn wir uns einloggen, ganz kurz noch zur Authentifizierung den Google Authenticator nehmen. Schauen wir mal, dass wir uns hier einloggen. Und dann sind wir auch schon im Dashboard auf der Hauptübersichtsseite. Was wir hier erkennen können, oben der Reiter ist auf jeden Fall deutlich einfacher, sehr viel simpler gehalten. Also es ist auch eine sehr einfache Benutzbarkeit, richtig gutes Interface. Da kann man auf jeden Fall ein großes Kompliment an die Entwickler bei Debitum Network aussprechen. Die haben da wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich habe erst Ende Mai angefangen zu investieren. Entsprechend sieht man noch keine Zinseinnahmen zu verzeichnen bei mir. Und die Rendite, naja, niedriger kann sie ja nicht mehr werden. Insofern positive Zeichen für die Zukunft. Ja, 20 Kreditbeteiligungen, bei denen ich insgesamt mit dabei bin. Alle noch im Plan. Na gut, da kann man jetzt noch nicht so viel zu erzählen. Hier sehen wir den Kontostand. Und hier lassen sich gleich zwei interessante Geschichten erzählen, die ich jetzt auch im Verlauf des Videos aufgreifen werde. Und zwar habe ich 1.000 Euro insgesamt investiert bei Debitum Network. Aber man sieht, ich habe insgesamt schon 2.099,01 Euro investiert. Mal schauen, wie dieser Wert zustande gekommen ist. Hier ganz wichtig, wenn ihr neu bei Debitum Network registriert seid, hier ist der Reiter für die Einzahlungen. Mittel hinzufügen. Hier habt ihr quasi für das Eurokonto alle Informationen. Wer mir einen Gefallen tun möchte, wer mich gerne supporten will, der nimmt als Referenz einfach hier unten diese Nummer. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, vielleicht die erste Geschichte, die ich jetzt an der Stelle erzählen kann. Man wundert sich wahrscheinlich, gehen wir mal kurz zurück. Was soll das, dass ihr am Ende so 1 Cent mit dabei ist? Ich habe 1.000 Euro bei Debitum Network überwiesen. Und angekommen sind aber nur 999,01 Euro. Und 1 Cent. Also 99 Cent haben gefehlt. Und ich habe mal nachgefragt, ja liegt es jetzt daran, irgendwie vielleicht eine krumme 0,01%ige Gebühr, die Debitum nimmt für Überweisungen? Oder ob das eine fixe Gebühr ist? Oder womit das zusammenhängt? Und tatsächlich ist es so, dass die Bank, mit der Debitum Network aktuell zusammenarbeitet, ich glaube, das ist die SEB, wenn ich mich richtig erinnere, dort haben sie einen Vertrag, der für jede Überweisung beinhaltet, dass 99 Cent pro Überweisung abgezogen werden. Und ich persönlich habe gesagt, also puh, das könnte schwierig werden, weil mir ist keine Peer-to-Peer-Plattform bekannt, die vorab schon Gebühren vom Investor berechnet. Ich meine, ich habe noch nicht 1 Euro auf Debitum angelegt, aber der erste wird mir bereits abgezogen. Das ist, glaube ich, für einen Staat, gerade bei einer neuen und noch jungen Plattform, nicht das optimale Szenario. Ich habe das auch mit den Jungs von Debitum, habe das dort auch angesprochen. Und wir haben uns auch nochmal in Riga bei der Konferenz darüber ausgetauscht, weil ich glaube, dass es kein guter erster Eindruck ist. Und ob es nun bedeutet, dass Debitum selber irgendwie diese Gebühr zahlt, weil es ist halt von der Bank eine initiierte Gebühr, das sind halt die Konditionen, die dort verhandelt worden sind. Und was man jetzt zumindest erreicht hat, und ich glaube, dass es ein ganz guter Kompromiss ist für das Erste, man kommt halt aus diesem Vertrag erstmal nicht raus. Ich denke mal, eine Bank wechselt man jetzt auch nicht alle zwei Wochen. Und zumindest, was man jetzt gemacht hat, ist, dass anstatt der initialen Überweisung, wo die 99 Cent abgezogen werden, ist es erst, sobald das Geld abgezogen wird. Das heißt, die 99 Cent werden erst berechnet, nachdem ihr euer Kapital wieder von der Plattform abziehen wollt. Auch nicht so optimal natürlich, aber zumindest kann man damit, glaube ich, besser leben, als wenn dieser erste Eindruck auf einer neuen Plattform, wenn der irgendwie dadurch durch so eine Gebühr gleich versaut wird. Ich bin gespannt, was Debitum dort in Zukunft machen wird. Aber das so mal als kleine Randinformationen. Und das ist auch das Schöne eigentlich als Publisher oder generell, das Feedback wird halt auch ernst genommen und wurde auch schnell implementiert. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel jetzt auch diese drei Stufen, die es ja für die Bonuskampagne gibt, da habe ich auch den Hinweis geschrieben, bitte überweist ein Euro mehr, nur für den Fall der Fälle. Und ich glaube, das könnte jetzt auch klappen, dass wenn ihr glatt 500.000 oder 2.000 Euro überweist und die dann investiert, dass ihr dann auch den Bonus bekommt, weil euch eben kein Geld abgezogen wird. Das ist also nur ganz kurz dazu, warum hier dieser 0, also warum hier 1 Cent hinten steht und wo die anderen 1.100 Euro herkommen, darauf werde ich jetzt gleich eingehen. Zunächst schauen wir uns aber mal die Vermögenswerte an. Also hier ist die Liste der Assets, in die man investieren kann, quasi als Primärmarkt, quasi für die manuelle Auswahl von Darlehen benutzen. Hier sehen wir die Kreditwürdigkeit, die lässt sich insgesamt von A bis F filtern und der Zinssatz lässt sich von 3 bis maximal 16% einstellen. Das heißt, ihr könnt hier einfach mal schauen, ist ja glaube ich generell empfohlen, wenn man einfach neu auf einer Plattform ist, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es funktioniert, auch mit dem Investieren, dass ihr einfach mal ein paar Kriterien für euch rausfiltert. Hier gibt es dann auch, hier könnt ihr auch die Kredite noch mal sortieren, nach dem Ausgabedatum, der Kreditwürdigkeit, wann die Rückzahlung stattfinden soll. Und hier gibt es dann auch zusätzliche Filter, zum Beispiel Gesamtbetrag des Darlehens, wie hoch die Kredite sein sollen. Makler, damit ist der Darlehensanbahner, beziehungsweise Kreditgeber gemeint. Gemeint, aktuell arbeitet Debitum Network ja mit 4 Kreditgebern zusammen, A40, Chain Finance, Factories und Trade Backing. Und die Rückzahlung, hier kann man einfach schauen, wer eben mehr kurzfristig orientiert ist, der kann eben die Assets hier auch nach der maximalen Darlehenslaufzeit einstellen. Kann er mal schauen, was in den nächsten 30 Tagen zurückkommt. Rückkaufgarantie lässt sich ebenfalls einstellen. Also ich finde, das ist eine sehr, gerade auch, was du gesehen hast, so am Anfang mit der ersten Oberflächenplattform, mit der 1.0 Version, das ist doch deutlich übersichtlicher hier. Wir können ja mal einfach in den Darlehen reingehen, hier vom 3.6., was jetzt vor gut einem Monat ausgegeben worden ist, von Factories. Hier oben sehen wir die Kreditwürdigkeit und hierzu mal eine interessante Information. Wir öffnen mal den neuen Tab. Bei Debitum Network ist es so, ich habe das, glaube ich, oder es wurde auch in dem Interview schon thematisiert. Bei Debitum Network ist es so, dass man einen sehr einheitlichen Ansatz versucht herzustellen. Das heißt, man möchte über sämtliche Kreditgeber, Länder, Branchen und, habe ich noch was vergessen? Also über diese drei Ebenen auf jeden Fall, möchte man einen vereinheitlichten Wert für jeden Kredit haben. Das heißt, ein B-Rating von einem Kreditgeber aus Litauen für Branche XY soll eine Vergleichbarkeit haben mit, meinetwegen, einem litauischen, einer anderen Branche von einem anderen Kreditgeber, meinetwegen aus Polen. Und diese Werte will man eben vereinheitlichen. Und was Debitum Network macht, ist, dass man mit externen Kreditbewertern zusammenarbeitet, die eben das Darlehen vom Kreditgeber nochmal bewerten. Und dann hat man quasi zwei Bewertungspunkte, die man vereinheitlicht. Und auf Basis mehrerer Kriterien, das wird auch im Interview angesprochen, entwickelt man dann einen Credit Score von bis zu 100 Punkten. Der geht von 0 bis 100. Und entsprechend der Bewertung, also wie diese Bewertung des Darlehens ausfällt, wird diesem dann ein Rating von Debitum Network hinzugefügt. Und hier auf der rechten Seite, das finde ich ganz interessant, gibt es die Ausfallwahrscheinlichkeit dieses Darlehens innerhalb der nächsten zwölf Monate. Und wenn man sich jetzt einfach mal anschaut, bis zu den B-Krediten, also alles, was mit B oder besser bewertet wird, hat also eine Ausfallwahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten zwölf Monate von weniger als einem Prozent. Also ich finde, das ist schon ein sehr, sehr starker Wert. Und wenn wir mal runterscrollen, dann sehen wir natürlich, dass dieser Wert dann immer größer wird und die Wahrscheinlichkeit ansteigt. Und hier bei ab D-Krediten, die dann in diesem Rating sich befinden, ist dann die Ausfallwahrscheinlichkeit in den nächsten zwölf Monaten auf jeden Fall schon im zweistelligen Bereich. Und ja, das einfach nur so als Einblick, dass man auch versteht, was bedeutet auch diese Kreditwürdigkeit und wie kann man die ungefähr einordnen, was bedeutet die im Endeffekt. Dann haben wir hier den Jahreszinssatz 9% und Gesamtbetrag 50.000 Euro. Bei diesem Balken bin ich am Anfang zunächst davon ausgegangen, das ist wie viel quasi von dem Darlehen bereits durch Investoren finanziert worden ist. Aber tatsächlich ist es die Zeitleiste. Das heißt, wir sehen hier 6. Juni bis 29. Juni ist also ein sehr kurz laufender Kredit, 24 Tage lediglich, die Rückzahlung in einem Tag. Wer 1 und 1 zusammenrechnet, der weiß jetzt, an welchem Tag dieses Video aufgenommen worden ist. Ja, also und dann sehen wir natürlich, klar, macht ja auch Sinn bei einem kurzfristigen Kredit, Zinszahlung dann am Ende der Laufzeit, ist ein endfälliges Darlehen und dann wird das Kapital inklusive der Zinsen zurückerstattet. Hier nochmal ein paar Informationen, hier gibt es noch Angaben, auch aus welcher Branche das Unternehmen kommt und dann immer noch eine kurze Unternehmensbeschreibung, die gibt es leider, ist sehr, muss ich auch dazu sagen, also das deutsche Interface, man kann hier auswählen zwischen Deutsch, Englisch und Spanisch. Das deutsche Interface ist richtig gut übersetzt worden, hier sieht man auch nochmal Definitionen zu den einzelnen Kategorien, lässt sich sehr einfach nachlesen, also ich finde, es ist richtig gut gelungen. Allerdings gibt es die Unternehmensbeschreibung, den Kreditzweck und dann unter Vermögenswertbeschreibung gibt es nur auf Englisch und es ist teilweise auch selbst für mich zu viel Fachchinesisch oder sagen wir mal sehr spezifisches Vokabular, wo auch ich nicht immer Bescheid weiß und ich dachte eigentlich, ich hätte schon ein ganz passables Englisch, genau, aber hier gibt es halt ein paar Informationen noch zu dem Kredit, Darlehensverteilung auch und hier sehen wir, zwei Drittel sind durch Investoren schon belegt, hier bei diesem Darlehen und ein Drittel ist theoretisch dann auch noch verfügbar. Hier dann der Rückzahlungsplan, bei längeren Kreditlaufzeiten ist es in der Regel immer monatlich, dass dann am Ende des Monats ein gewisser Tilgungsanteil zurückkommt und hier kann man dann eben halt direkt investieren, einfach auf den Button raufklicken, da bei mir jetzt kein Kapital verfügbar ist, funktioniert das leider nicht. Das Ganze lässt sich auch ein bisschen oberflächiger machen, wenn man hier rechts einfach gleich raufklickt, kann man hier direkt seinen Betrag eingeben, gibt auch vordefinierte Werte, 100, 200, 500 und ab die Post. Also es ist sehr einfach gehalten und sehr einfach zu bedienen. Dieses Haken hier an der rechten Seite bedeutet, dass ich bereits investiert bin in diesem Darlehen und dann steht auch, dass ich hier 50 Euro in diesen Kredit investiert habe. Also sehr übersichtlich von meiner Seite aus, wer anfängt zu investieren, sollte sich hier einfach mal so zwei, drei Kredite manuell raussuchen, sich so ein bisschen an die Plattform gewöhnen und dann ins Autoinvest übergehen. Und beim Autoinvest gibt es insgesamt drei vorgegebene Strategien, konservativ, mäßig und aggressiv. Was ich hier interessant finde, ist, dass tatsächlich die konservativen Kredite, also hier sind zum Beispiel nur Darlehen mit Kreditwürdigkeit von A plus bis A minus reingenommen. Natürlich haben die in der Regel die geringste Ausfallwahrscheinlichkeit, aber tendenziell sind es ja auch die Darlehen, die am geringsten verzinst sind. Und wenn wir uns hier aber anschauen, der durchschnittliche Zinssatz immerhin als einziger von diesen drei vorgegebenen Paketen im zweistelligen Renditebereich. Auf jeden Fall sehr interessant. Und hier unten kann man dann auch ganz individuell, aber auch seinen eigenen Plan erstellen. Ich zeige euch mal meine Autoinvest-Konfiguration. Ich habe das mal angepasst. Am Anfang hatte ich hier, habe ich gesagt, alles, alles gib ihm, pack immer rein, erst mal schauen, was hierbei rumkommt. Aber nachdem ich so die letzten Zahlen gesehen habe, glaube ich, reicht es auch, wenn man das hier bis auf C setzt. Und der Zinssatz, glaube ich, habe ich auch schon in einem oder anderen Video mal erzählt, bei mir auf jeden Fall immer Renditerwartung zweistellig. Alles, was drunter ist, ist für mich nicht wirklich existent. Und deswegen hier Minimum 10%. Die Kreditgeber können hier ausgewählt werden. Wir können aktuell hier auf der rechten Seite mal schauen, wie viele Assets sind momentan nach unseren Kriterien auch verfügbar für Investments, die unseren Voraussetzungen entsprechen. Und wenn in diesem Bild alle abgebildet sind, heißt es, dass in alle investiert wird. Wenn man jetzt nur eins individuell einklickt, das heißt, wir wollen nur von Chain Financing darlehnen oder Kredite in unserem Portfolio haben, dann sieht man gleich, dass sich die Anzahl hier reduziert. Wir können auch Factors mit reinnehmen. Da sind wir jetzt schon bei 17. Erford die 18. Das heißt, Trade Backing wird zum Beispiel nichts im A-C-Bereich und zweistelligen Rendite-Bereich haben. Das heißt, man kann entweder hier alle auswählen, hat alle 18 drin oder man lässt alles unangeklickt. Dann haben wir das gleiche Spiel in grün. So, dann haben wir den, ja, einfach einen Namen geben, Nummer 1, klar. kann man natürlich seiner Strategie individuell anpassen. Maximale Darlehenslaufzeit, natürlich, je kürzer, umso weniger Assets werden verfügbar sein. Wir geben jetzt mal 15 ein, dann sind es zum Beispiel nur zwei Assets. Bei 30 sind wir schon bei 4, bei 16 sind wir bei 10. Also, denke ich mal auch, selbstredend, je länger der, die Kreditlaufzeit noch ausbleibt, umso mehr Assets sind dann auch für uns verfügbar zum Investieren. Dann hier, Rückkaufgarantie, soweit ich weiß, bieten eigentlich alle Unternehmen eine Rückkaufgarantie an. Vielleicht gibt es nur ganz wenige Kredite, die davon nicht betroffen sind, aber tut auf jeden Fall nicht weh, die Rückkaufgarantie einzustellen, wenn sie nicht schon mal da ist. Und hier den maximalen Planwert, wie hoch soll der Portfoliowert sein, bevor nichts mehr weiter investiert wird. Wer zum Beispiel 1.000 Euro investiert und sagt, ich möchte eine ganz konservative Strategie haben und nur A-Plus-Kredite von Chain Finance und das mal austesten will, der gibt hier einfach mal 500 Euro ein und wartet dann, bis dann alle Assets hierin investiert worden sind. Zinsen erneut investieren, denke ich mal auch selbstredend. Und dann kommen wir jetzt zu Investitionen in ein Asset und jetzt kommen wir zu der zweiten Geschichte, wo ich mich selber ein bisschen an die Nase packen muss. Denn ich muss dazu sagen, das soll es jetzt nicht besser machen, aber ich habe die Auto-Invest-Konfiguration noch im alten Interface vorgenommen und was habe ich gemacht? Ich war, muss ich dazu sagen, ich war auch ein bisschen durch, so war viel los auch in dieser Zeit, also Ende Mai, wegen dem Buch und allem drumherum. Und ich habe beim Mindestbetrag, also mein Mindestanlagebetrag sind 10 Euro übrigens bei Debitum Network und ich dachte mir, okay, es gibt nicht so viele Assets für mich, lässt du mal 25 stehen, dass einfach gleich ein bisschen mehr von den 1000 Euro investiert wird. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich habe den Mindestbetrag eingegeben, aber nicht den Höchstbetrag. So und einige werden jetzt schon erahnen, was passiert ist. Kaum klicke ich auf Bestätigen, meine Auto-Invest-Konfiguration war mein gesamtes Kapital, also die gesamten 1000 Euro beziehungsweise 1099 Euro und 1 Cent, dazu komme ich gleich, wurden in einen Kredit investiert. Und dann habe ich natürlich erst mal geschluckt, weil ich habe erst mal am Anfang gar nicht verstanden, wo ist jetzt mein Kredit oder wo sehe ich jetzt, wo investiert worden ist. Und erst nach und nach dämmerte mir, was hier eigentlich passiert ist. Ich habe das in Riege auch mal angesprochen, mit den Jungs von Debitum Network, die dann auch da waren bei der Konferenz. Und ich glaube, es ist aktuell noch nicht eingestellt, aber man hat wohl gesagt, dass man hier einen Default-Wert, also einen vorgegebenen Wert von 50 einsetzt, falls es jemanden gibt, der ähnlich wie ich dort einfach sich das nicht anschaut oder man macht es als einen Pflichtangabewert. Aber das war natürlich keine smarte Situation oder keine smarte Aktion von mir im Sinne der Diversifikation. Deswegen nochmal mit einem halbblauen Auge hinzugekommen, weil es war ein Kredit mit A-Bewertung und auch Rückkaufgarantie. Also da bin ich nochmal gut weggekommen. Schauen wir uns zum Abschluss nochmal meine Investition an. Jetzt will ich das nochmal ganz kurz erklären. Wie kommt jetzt dieser Wert zustande? Also ich habe 1.000 Euro investiert, 99 Cent wurden abgezogen, das heißt, es bleiben noch 1.100 Euro übrig. Wo kommen die her? Als ich mich angemeldet habe, hat mir Debitum Network 100 Euro gutgeschrieben als Coupon. Das ist jetzt keine Gutschrift, die man abziehen kann, sondern ist eine Art Spielgeld, wo man einfach mal ein bisschen die Investitionen für, ich glaube, das ist auf 2, 3 Monate festgeschrieben, kann man einfach mal dieses Spielgeld nehmen, wenn man so will, um ein paar Erfahrungen auf der Plattform zu sammeln. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist oder vielleicht, ob ich da so einen Publisher-Bonus bekommen habe. Ich weiß das eigentlich gar nicht. Aber das Geld wird dann nach einem, ich glaube nach 2 bis 3 Monaten wird es wieder abgezogen von dem Konto. Die Zinsen allerdings darf ich behalten. Da muss ich mal schauen, wie ich das dann richtig verrechne, auch mit der Performance hinten raus. Und nachdem mir das eben passiert ist mit diesen 1.100 Euro, wir gehen hier mal nach unten zu diesem Asset, hier können wir es sehen, 1.099 Euro investiert in ein Darlehen. Und als mir das passiert ist, habe ich gefragt, können wir irgendwie irgendwie einen Weg finden, das rückgängig zu machen. Können wir mein Fauxpas aus der Weltgeschichte eliminieren? Und man hat mir eben halt nur gesagt, okay, wir können dir noch mal 1.000 Euro als Coupon gutschreiben, der wird nach zwei Monaten wieder eingezogen. Aber dann kannst du ein bisschen rumspielen und ein paar Investitionserfahrungen sammeln bei uns. Und natürlich die Zinsen dann auch behalten. Da habe ich gesagt, okay, das können wir machen. und deswegen ergibt sich auch dieser Wert. Wir schauen hier noch mal ganz kurz in dieses Asset rein. Insgesamt geht es ein bisschen mehr als drei Monate, das heißt, ich muss noch bis, weil es ist ein endfälliges Darlehen, das heißt, ich muss auf die Rückzahlung des Kapitals und der ich glaube so 10 Euro Zinsen ich dafür bekomme, muss ich jetzt noch bis Ende August warten. Rückkaufgarantie sind hier 90 Tage, das heißt, wenn es in Verzug geraten wird, dann muss ich theoretisch, weil es eben Rückkauf besichert ist, muss ich noch bis Ende November warten, bis ich das Geld mal wieder sehe. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, aber es zeigt, selbst wenn man meint, ich sollte eigentlich ein erfahrener Investor sein, selbst ich bin vor solchen Fehlern nicht gefeit und kann den Besten passieren, wie man so schön sagt. Ja, wie gesagt, ich denke, das reicht eigentlich schon so als kleiner Überblick. Ein, zwei interessante Geschichten mal so zu meinen Investitionserfahrungen hier bei Debitum Network. Es ist ein sehr schönes Interface, also ich würde jedem empfehlen, sich da nicht irritieren zu lassen, falls man denn auf die Originalseite kommt. Also schaut hier, dass ihr dann auch diese Beta-Version habt, die wird sicherlich auch in kurzer Zeit dann auch umgestellt werden als Hauptdomain. Und ja, schönes Interface, Investitionen, Vermögenswerte, Autoinvest, mein Investitionen, also alles wunderbar, kann man auf jeden Fall mitarbeiten und ja, hoffe, das Video konnte dem einen oder anderen hier weiterhelfen, so ein bisschen mehr zutrauen, vielleicht auch zu der Plattform zu gewinnen. Wie gesagt, bis zum 15.07. gibt es über meinen Anmeldelink noch die Möglichkeit, hier sich einen Bonus in drei Stufen zu sichern. Und ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis Danny.